Fahrt durch Einstbrunn. Nach der Querung der Hauptstraße rechts in eine leicht zu übersehende Gasse einbiegen. Singe Ernstbrunn Singe Ernstbrunn Beim Haus mit dem Türmchen den linken Weg nehmen. Nach der styk von Tauk Die Kompressen Die Kompressen Die Kompressen Nach Querung der B10 beim Schranken vorbei. Nach Querung der B10 beim Schranken. Am rasanten Downhill Richtung Klemen. Nicht die Abzweigung vor dem weißen Türmchen Richtung Enzersdorf übersehen. Traktorweg zu den Waldgebieten. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hochstraße durch den Leiser Wald Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Ein Hochstand Und ein moderner Hochstand Singelrörer Brumm Das ist die Welt, die in der Dürchel Im Auftrag des ZDF für funk, 2017 und im Auftrag des ZDF für funk, 2018 Im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank. Maria Cappelle. Maria Cappelle. Maria Cappelle. Eine beschilderte Linksabzeugung am Weg nach Pyra. Maria Cappelle. 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 Und... ... 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 Das war's für heute. Vorbei bei einem verfallenen Haus. Durch einen offenen Torbogen. Bald haben wir unser Ziel in Ernstbrunn erreicht.